Eine Kathedrale ist Gottes Vorzimmer. Eine Kathedrale ist Gottes Schatten auf der Geschichte. Das ist Teufelswerk. Es war Gott, der euch einen Baumeister geschickt hat. Der König ist tot. Ihr werdet der Kirche huldigen in allem, was ihr tut. Und der Krieg beginnt aufs Neue. Und das Chaos wird herrschen. Sego T. Absolvo. Ihr werdet eure Kirche nie bauen. Ich soll fortgehen und du siehst mich nie wieder. Ist es das, was du willst? Jack! Begnadigst ihn! Rennere, Hexe. Aliener! Das vierteilige TV-Event. Die Säulen der Erde. Ab 15. November in Sat.1.